Ciao meine Damen und Herren, willkommen zum nächsten Video. Ich zeige euch heute geschwind meine Picks zur Legends Stage. Das sind die folgenden hier. Ihr könnt das gerne einfach so übernehmen, wenn ihr wollt. Bei der ersten Stage lag ich so weit richtig, dass ich auf jeden Fall weitergekommen bin und auch wieder einen Token bekommen habe. Ich habe schon zwei eingelöst von den drei, die hier dabei waren. Ich habe jetzt wieder zwei, also den einen übrigen und einen neuen, weil ich das hier richtig gemacht habe. Props gehen dabei raus an Sneasel, von dem die Tipps sind. Auch diese hier sind wieder von Sneasel erarbeitet und ich denke oder hoffe vielmehr, dass wir hier auch wieder fünf Richtige am Start haben werden. Die von letzter Woche sind wie gesagt so ausgefallen. Hier kam dann doch gut was rum. Sieben Richtige, fünf hätten wir gebraucht. Läuft! Aus diesen bereits benutzten Coins habe ich übrigens, oder Tokens, habe ich übrigens jetzt nicht so pralles Zeug gezogen. Es waren einmal diese hier. Wow! Mit den Stickern. Und einmal diese hier. Wow! Mit diesen Stickern. Ich hätte jetzt noch sechs Stunden und 56 Minuten Zeit, meine Pics zu verändern. Ich lade euch das Video jetzt so schnell wie möglich hoch, damit ihr auch noch ein bisschen Zeit habt, eure Pics anzupassen. Und ja, bedanke mich hier wie immer fürs Zusehen. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner wirklich fette Mutter auf die Instagram-Messe.